Ist das der Schande? Wir gehen heute als Coiffeur bei Gidorgen schnuppern. Und im Gegensatz zu anderen Justi-Mitarbeitern müssen wir für diesen Schnuppertag nicht so früh aufstehen. Let's go! Eine Israeli, die Haar schneiden will. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Wir haben hier den Farbkreis. Das lernt man auch noch in der Lehre. Das ist ganz wichtig, v.a. wenn man die Blondieren. In der Lehre macht man jetzt eher so Fleckfrisuren. Dann lernt man einfach mehr Kinderfertigtheit. Die hier nehmen wir jetzt für dich zu Milik. Oh, schau mal! Schau mal, was für ein Updating! Okay, das hat jetzt niemand gesehen. Dolores, wie geht's dir so? Nicht gut. Und was gibt's für eine Note? Ja, also für den Anfang geben wir einen 3,2. Was? Ich habe es schon ein wenig unterschätzt. Du brauchst mega Fingerspitzengefühle. Du musst gut mit Leuten sein und du bist den ganzen Tag auf den Beinen. Danke an dieser Stelle. Vielen Dank, Agidor. Mega hilfsbereite Leute. Und man sieht sich. ARD Text im Auftrag von Funk 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 ARD Text im Auftrag von Funk